Hallo Mahlzeit! Servus! Seid ihr alle gut drauf? Ja, so ist das schön, wunderbar. So ist das, wie ich das liebe, wie ihr das lieben. Wer war gestern aus? Wo waren die ganzen Weiber auf Bremer Büber? Ja, keiner? Ja, ihr seid alle guterzogen. Da muss man auch nicht hinzugehen. Bremer Büber wird immer bewertet. So, gut, ihr seid alle da, das ist schön. Ach, ich sag's euch, heute Abend, sie sieht so scheißgeil aus. Leck mich am Backe. Die Olvido, der Knaller. Und auch andere. So, wir sind total happy, dass wir heute am Fasching-Freitag hier keine Pappnasen sehen. Ich hab das extra angekündigt. Keine Verkleidung, das ist raus. Das ist total out. Verkleidung. Obwohl die Ulrike, wo ist sie? Mit dem blauen Haar. Wirkt die Zeit sich mit, die hat Angst. Okay, egal. So, ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Achso, ich hab einen Flyer ausgeteilt. Genau, ein Ratto, Flyer, aber. Ja, danke. Ähm, ähm, ich hab noch was anzukündigen. Wir, die Soll-Familie, wir spielen... Hier ist es so laut. Was ist denn los? Hier kann man dazu. Oder schrei ich so rum? Nein, wir von der Soll-Familie, wir spielen am 28. Nächste Woche, nee, zwei Wochen, äh, in Vöcklin. Ja. In der SHG-Klinik. Wir werden kurz eingeliefert, ja, dann bauen wir auf und dann fangen wir an. Nein, das ist schön, das ist eine Woche nach Oscar-Verleihung und da spielen wir eine Oscar-Verleihungsparty. Und mal gucken, wer den Oscar kriegt's dort, ja? Den bestangezogensten Türen oder die bestangezogene Frau. Also, es ist auch Cocktailkleid erwünscht oder man kann's auch tragen, ja? Auf jeden Fall machen wir da eine Riesenparty. Äh, es ist am Start Teil Leblanc. Die war hier, äh, Ende Dezember. Die ist schon mal gebucht. Das wird eine Sensation, sag ich euch. So, und jetzt zur Band. Ich sag mal, wie immer Ladies First, sie sieht unglaublich aus heute. Unfassbar. Ich hab schon gesagt, hast du einen neuen Typ oder was? Immer noch Single, ja? Kann man hier mal Single Jungs rumlaufen? Was mit dir? Bist du Single? Nee, was rüber? Fack alles an der Hand. Nee, Scheiße. Okay, du bist raus. Du, Langhorcher. Steht auf Langhorcher. So, auf jeden Fall aus Schiffwald. Ja, nee, halt. Kommt doch nicht mehr aus Schiffwald. Sie ist eigentlich aus Schiffwald. So, wohnt in Neunkirchen-Kohlo. In einer wunderschönen Mode. Und dann so Singles, ne? Da wirst du dich dran halten. Richtig cool. Äh, an den Keywords. Applaus für Carina Peitz. Und hier mal ein Klasse machen. Klasse machen. Ja, da kommt sie. Carina Peitz. Noch ein bisschen klatschen, noch ein bisschen klatschen. Yeah. Da ist sie. Carina. In the house. Where is she? Sehr schön. Yeah. Oh, leck. Mein lieber Mann. Boah. Carina, was ist passiert? Nix? Du siehst leider scheißgeil aus. Leck mich am Backe. Mit Glitzer und allem. Sieht gut aus. Boah. Du hast mich doch... Ey, Langhorcher. Was ist das? Gar nicht neck, ne? Da geht was. Molto bene. Das ist Italiener. Super. Obwohl, Italiener muss überhaupt was drin. Gell, Fabio? Hahaha. Bei Italiener wissen wir nie genau, was da los ist. Molto bene. Super. So, ähm, für die, die beim letzten Mal da waren... Hat er letztes Mal schon die Haare abgehabt? Ja, ne? Hat er schon. Okay, der hat jetzt die Haare ab. Sieht super aus, ne? So. Einmal Rundschnitt. Abbas aus Ombach, der wunderbare Sven Sommer. Applaus. Ja, bis gleich mal. Ja, da ist er. Hey. Ich finde, dass wenn du langsam so ne... so ne Beatles Frisur hast. Ja, wie früh die Beatles, oder? Sieht schon ein gewissen aus. Ja? Ich finde es gut. Ein Pilzkopf. Ich bin stressig. Hab was. Wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir auch so'n Pilzkopf. Der ist das scheiß heiß hier, ne? Ja, bin ich das Ding. So, und jetzt, er sieht auch heute unfassbar cool aus. Ich weiß gar nicht, was los ist. Gab's Weihnachtsgeld, irgendwas? Urlaubsgeld? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht er sensationellend aus. Von den Grau. An der Gitarre. Aus. Ne, ne? Ich mach mal zurück. Von dem Unterstock. Da kommt immer so Rüge schlicht, ne? Bleib mal still. Und der Gitarre aus Ladschul. Der unfassbar coole Alvar. Ja, Applaus. Verlieb. Ein lieber Mann. Eine Sensation. So, wir werden schon mal komplett... Und jetzt zu unseren Gästen. Er war vermehrt hier die letzten sechs Jahre schon mal öfters. Und wir sind immer wieder happy, dass er heute nochmal hierher gekommen ist. Wie auch heute, der hat hier so ein Effektgerät, ne? Ich drück gleich mal drauf, wenn wir das nochmal machen. Einmal. Wow. Geht bei mir scheiße. Ne, komm. Ich lass das. Auf jeden Fall hat er so ein Effektgerät dabei. Eine Sensation. Das wird euch gefallen, ja? So ein neumodlicher Schnickschnack. Aber cool. So. Aus Radstuhl nach Carolina. Mr. Kevin in den Haus. Applaus von K.Q. Das Check-It, das fahre ich schon drei Monate im Auto rum. Heute habe ich es ihm gegeben. Ja, riecht gut, geht noch. Ich will mein Auto. Es schmeckt wie mein Auto. So, und jetzt zu unserem Gast. Ich bin seit drei Jahren hinter ihr her. Also nicht so, wie ihr meint. Sondern ich habe sie gefühlt 10.000 Mal angefragt. Und jedes Mal hat sie gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich bin busy. Ich bin auf Tour, ich bin weg, ich bin in Kufa, ich bin in Amerika. Sie war immer busy. Und jetzt hat es geklappt. Und heute Morgen ist sie aus Berlin hierher geflogen. Ja, das ist eine Sensation, Berlin hierher. Ja, morgens um 6.15 Uhr oder so. Ja, bescheuert. Aber sie ist hier. Und morgen früh geht es zurück. Sie kommt aus Kuba. Sie sieht unfassbar aus. Ja, eine Sensation. Ich sag's euch. Haltet euch fest, Männer. Du, hast echt die Finger... Hey, hör mal. Italiener, oder? Da dreht dich hoch. Du, krabst ihn nicht an. Die hat jemanden. Die hat jemanden. Die hat jemanden. Der will ihn doch nicht heiraten. So, heute für euch zum ersten Mal in der Mahlzeit. Und jetzt kommt sie aus Kuba und Berlin. Miss Albino Rui! Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Und? Ist das geil? Ja. 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 Buenas noches. Ja. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Are you ready, baby? I'm ready. I'm ready, mamma. Are you ready? Yes. Wait a minute, I said, are you ready? Let's hear it, we're gonna get it going on, here we go. Conversation People talking about the girl who come up now Lovely lady, pretty as can be No one knows her name, she's just a mystery I can't see her, maybe once or twice One thing that I can say is, ooh, she's very nice But I really wanna know Somehow I got to let my feelings show She's fresh, so fresh, exciting She's so exciting to me, yeah She's fresh, so fresh, exciting She's so exciting to me I've been thinking, about the way you are Baby, ooh, I like the way you talk Tell you something, that I really can't hide And when it's listening to me, by the side Imagine loving, like a dream come true I can't feel anything, spend the night to do What a feeling, and I really can't stop it, baby This whiskey lady, take me away She's fresh, so fresh, exciting She's so exciting to me, yeah She's fresh, so fresh, exciting She's fresh, so fresh, sweet She's so exciting to me, yeah Breakfast, the summer breeze I'm taking my surprise She needs the world to leave I do whatever Who to make you my baby Ladies and gentlemen, I'd like to introduce for a good talk, give it up for Mr. Ollie Up! Come on out of here, my mother. Come on! Come on out of here, my mother. Come on out of here, my mother. Come on out of here. 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 Ladies and gentlemen, give it up for Ollie! Come on out of here. Come on out of here. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.